hallo ihr lieben welcome back zum neuen gast designer beitrag für die liebe simone von simones bastelkram und jetzt starten wir gleich los und ich wünsche euch viel spaß beim schauen so ihr seht schon ich hab da das stempelset von kraft emotions das summer fun rei von der lieben kala designt und total schön also ich hab schon das zware ader haben ich lieb es und genau es sind einfach schöne sachen nicht so viel quatschen sondern weitermachen weil das mal mit dem video nicht so lang sein hätte sonst wird es wieder eine halbe stund dreiviert stund video und da habe ich schon was gemacht ein bisschen koloriert und wieder mit glas exens ein bisschen umgematscht sozusagen und ja ich habe auch schon was vorbereitet heute machen wir mal eine den lang karten und das tun wir auf die seite brauchen wir nicht sondern den aufleger dann habe ich noch in weiß ich will ihn aber noch im bossen so jetzt sind muss ich aufpassen so genau da habe ich nämlich mein wie sagen ja da ist ein buddha ebenso so mir fällt das wort mit ein jeder andere weiß dass man eben die statik da heute haben wir es wieder ja egal so dass halt da sind nicht irgendwas umgepickt da kann man auch sonst ja mit dem rüber fahren dann pickt das nicht so und es hat die simone auch eben so wo hat sie es noch einmal genau das hat sie nämlich in der sammelbestellgruppe auf facebook da habe ich es nämlich auch schon gesehen genau und wir nehmen heute nehmen wir ein pumper her nämlich von wow das embossing powder super fein in ja ich hoffe ihr da liest ich verlinke eh alles unten was ihr da nur so finden könnt jetzt haben wir da schon genau und was man auch braucht fürs embossen natürlich das wichtigste auch nämlich das stempelkissen so jetzt muss er aufpassen dass sie nicht zu weit oben kommen wenn er unten will ich noch was stempelkissen machen wir durch die bank einfach nehmen wir ja was nehmen wir jetzt durch den kleineren das ist gescheiter ein stempelblock so und das muss jetzt nicht gerade sein da können wir jetzt wie man wählen nur man muss aufpassen dass man nicht wieder da eine stempelt wo man hat so dann noch so gut festhalten jetzt muss ich gleich schauen wo ich noch einmal getan habe also kann ich es da noch einmal und wieder schauen weil ich sehe es nicht gut so und einmal noch da oben jetzt muss ich aufpassen dass ich nichts verwische hole ich zu mir kurz ja das schaut gut aus mehr tue ich jetzt gar nicht so natürlich machen wir gleich wieder alles sauber aus und dann machen wir weg so und jetzt brauche ich noch so so ein kopierpapier oder irgendein papier was ihr zur hand habt das tut es in der mitten folge und jetzt kommt das schönste das bestreuen das bestreuen nehmen wir mal daher so und jetzt können wir überall drüber tun wo man das haben so hopperle oben habe ich aber egal deswegen mache ich es so lieber mit dem weil da kann man nachher noch schön das einfüllen so viel wie ich jetzt habe braucht es jetzt nicht nehmen und jetzt nehmen wir es von unten und tippen und tippen es mal von hinten auch noch an dass das was nicht so rauf kämen so so jetzt schau ich es mal noch an und sonst könnt ihr auch hergehen mit einem pinsel wie das säge gerade das würd ich jetzt nicht sehen so so das brauchen wir nicht so den kann er wieder weg tun vorsichtig herlegen und wie gesagt jetzt kannst du so eine zack zack ich nehme es her wieder es geht mit den kleinen und großen weil ich habe im endeffekt nur das in groß die anderen embossing paulern habe ich alle in klein so können wir jetzt weg tun also ich liebe das super feine von wow das ist einfach gleich genial so und da hat die liebe simone in der facebook gruppen in der facebook gruppen sammelbestellgruppen so also nicht dass ihr links meint da hat sie so viele embossing powder von wow also toll bis gleich bei bin wieder da jetzt hat sich gleich ein bisschen gewählt aber es macht nichts es kommt einer noch auf so und jetzt nehmen wir her ähm was nehmen wir heute einfach vorab einmal das Big Cat Raspberry mal schauen ob es ja so das nehmen wir her dann ein paar will er die schon haben so so lauter viel weiß man nicht was nehmen genau das werden wir auch her nehmen so oder unentschlossen hoch 10 ja das ist glaube ich zu kräftig das ist glaube ich zu kräftig das gefällt mir nicht dazu das ist zu kräftig das ist zu kräftig deswegen oft einmal feilen wir noch ein paar Formen da muss ich noch aufstocken aufstocken na das gefällt mir auch nicht ähm wie schaut es mit dem aus ja das nehmen wir noch dazu und hm schwierige Entscheidung was nimmt man noch was nimmt man noch ähm ähm ergerfopf da die noch gern so wenn nehmen ja wie wär die da die rusty oder hm rusty oder nicht aber da passt schon auch dazu oder so ein schöner braunton war es auch so jetzt wollte ich mich wieder mit die Form auf wo es wie dazu wäre hm na das guckt man auch nicht deswegen so ein lila bräuchte ich aber im endeffekt habe ich von die lila wohl die zwar hm schauen wir mal sind alle sowieso bläuliches lila bräuchte ich so egal machen wir jetzt mit den Farben weiter was wir da haben und sonst findet sich eh noch was so dann die zwei so ich glaube bei die zwei los ist einfach sonst hier oben und unten und was ich jetzt auch noch brauche ist nämlich das klebeband so wieder entweder da oder auf der haut hat es ist fast zu kurz du musst aber da oben oder nein das wäre jetzt runter einfach dass das picken bleibt hat dann genau nicht vergessen deswegen ich habe wohl noch ein klebebandel das was noch wenn das leer ist habe ich eins das was ganz ganz eine leichte klebekraft hat was super ist bei dem so das reicht aber für unten das passt einmal und jetzt können wir loslegen aber überlegen noch vielleicht nehme ich einfach einen rosa ton mit ein das ist irgendwie ich bin unentschlüssig nein lassen wir es an so dann fangen wir zuerst einmal mit dem geilen pink an so lassen wir es an so da ihr seht das gar nicht bringt es auch nicht wenn ich den Deckel umdrehe so jetzt wird es wohl dann eng den tun wir kurz einmal da her so und machen die von außen da eine ein bisschen zu wenig so so und jetzt seht es da wirklich die sonnenbrillen einfach besser und das machen wir jetzt ein paar Mal bis es mir gefällt es kann ruhig so flickert sein es hat es eigentlich mehr oder weniger gewohlt es muss jetzt nicht so dickend sein aber irgendwie und was hat der heute so und jetzt gehen wir noch einmal mal da außen soll es ruhig gefischt das sein so machen wir das so ich seht es hier gar nicht bringt es auch nicht so und dann das nächste das blaue fangen wir lieber auf der Seite an da da glaube ich brauchen wir gar nicht so viel so rund wieder so und jetzt jetzt verblenden wir das noch schön da und jetzt verblenden wir das noch schön da also ja da kommt eh was anderes auf jetzt nur nicht so fest anrucken wie ich weil sonst zieht es jetzt da drunter das so und jetzt nehme ich noch einmal das andere her und gehe noch einmal da oben drüber dass ich das schön einen schönen Übergang ergibt das Ganze und jetzt können wir eigentlich schon da unten das weg schaut mal wie schön das eigentlich können ist unten brauche ich es nicht da will ich es auch nicht da will ich es auch nicht da lege gerade da will ich aber von den Kanten her noch ein bisschen einigen mit der Farbe und sonst ist man das verzieht das das will ich jetzt auch nicht dass das mal zu hart wird da unten so das reicht schon können wir weg tun so das auch das auch mach kurz das sauber ah genau kann nämlich jetzt an A hergehen das werde ich nämlich machen jetzt mir da ein paar Spritzer aufmachen so 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 mehr nicht und jetzt kann ich so hergehen kurz auf die Seiten dabei kann es reagieren so dass ihr seht was ich da genommen habe aber ich verlinke es euch eh unten wie gesagt so und jetzt sind so auch hier nur immer so 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 jetzt seh wir durch und das tupfen wir jetzt kurz ab schau perfekt so so da das tun wir auf die Seiten nachher nehmen wir das nächste her nehme ich den Stempelstruch den positionieren wir auch da auf und das nächste Stempelkissen so so und schau da siehst du auch doch das andere nehme ich durch weil das ist ein bisschen intensiv das war das war so fein das modellierbar da jetzt sind bei den Schriften weil es einfach so da ist vom Stempelabdruck so dann dann du musst da ein bisschen in die linke Seite ja die linke Seite her und schau mal wie schön das einfach ist so und das braucht heute da müssen wir ein bisschen aufpassen es braucht ein bisschen länger zum trocknen das wie das Memento der Memento können jetzt gleich schon weiter tun aber bei dem nicht so dann tun wir es kurz auf die Seiten her es kann dabei trocknen weil das kommt jetzt noch gleich da rauf aber wie schneiden wir noch was zu nämlich so müssen wir schauen genau da habe ich es jetzt an nämlich wir nehmen noch was her schauen ob wir was noch haben oder oder ah na na wäre nice so nämlich Endtransparentpapier das schneide ich jetzt so zurecht nicht wie war dann muss überlegen so kurz auf die Seite her schock jetzt 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 kommt nämlich der riesenbrummer wieder also der ist einfach also wie oft die den nehmen einfach noch super so so wir schauen deswegen da habe ich mir noch nicht so gedanken gemacht wie viel ich da wäre ähm so und so und 10 mal da nehme ich jetzt her also ich sehe sie gar nicht 10 mal ja 10 mal 7 nehme ich da jetzt her das reicht heftig so also 10 anlegen so bei 10 und dann 7 jetzt muss ich wieder aufpassen dass ihr die schöne Seite erwischt so zack können wir wieder weg tun so weil das wird jetzt da raufkommen jetzt müsste das auch schon getrocknet sein und das kommt dass das dahinter noch vor scheint so aber irgendwas fällt mir noch ja schauen ob das noch geht mit dem Schen das ist noch nicht so ja da werden wir jetzt noch mit Memento was stempeln so denn nachher müsste sich das ganze viel besser abheben als sonst so so da noch eine und genau da unten wären wir noch so so da mal auf der Seite noch so das haben wir auch noch angemacht weil es war mal so zu lang gewesen so jetzt können wir schon hergehen nehmen wir den Aufleger mit Rahmen um und nehmen wir vom Detail so zack 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 so ist der oberkrieg und so hätte zu reißen ist man natürlich so und jetzt natürlich wieder aufpassen dass man doch den abstand haben und dann kann man schon andruck das von hinten haben wir schön und sozusagen fast fertig haben wir es jetzt nehmen wir das noch da war man da da müssen wir jetzt aufpassen 2 das leiten mit links so eigentlich ein bisschen fosch zu viel wurden aber machte nichts und jetzt kann man den kleber hernehmen also jetzt wird er wirklich bettler, ich habe wohl ersatz da, so ist es nicht aber ich bin so einer auf dem letzten Rucker, alles muss ausgehen so und jetzt sind wir fertig das lassen wir noch positionieren und drucken und wie ihr seht, da hinten schimmert immer noch das ganze vor so und fertig ist die Karten ich hoffe euch hat es gefallen und euch taugt die Karten auch so wie mir jetzt sind, also ich finde es echt cool einfach so eine Karten einmal natürlich, das muss ich eben schauen, dass ich wirklich eine dritte Farbe obwohl wenn ich es jetzt da sehe, hat sich das schon so ergeben das Lila mit dem Pink und sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal Ciao Ciao